oi da was geht ab leute team bobbelt hier heute mit einem weiteren show match diesmal beatrice bär gegen dracopulse bisher hat sich bär ganz gut geschlagen mal schauen wie es heute ablaufen wird ansonsten haben wir ein review zu den karten gemacht aus premium gold könnt ihr noch abchecken wenn ihr wollt ansonsten findet ihr alle karten zu der premium gold natürlich bei unserem sponsor und viel spaß beim duel ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von Bea jetzt haltet, ob sie da oben mithalten kann Tati wird auf jeden Fall Bea mal wieder abchecken Ansonsten werden wir jetzt am Wochenende in Köln sein, bei der CCG Grand Open Vielleicht sieht man sich dort und bis dahin leidet nicht Was geht ab Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen Wie immer, liken, subscribe, kommentieren Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt uns die Facebook-Seite ab Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung Und ansonsten, bleibt glücklich Und ansonsten, bleibt glücklich